Tag zusammen, hier ist wieder Ben und wir sind in dem nächsten Part mit donnerndem Gegrüll von Resident Evil, das Remake für den Nintendo Gamecube und bewegen uns jetzt hier durch diese Tür, bei der wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und mal gucken, wo wir rauskommen. Wir sind bei ein paar Käfern gelandet und scheinbar ist das hier die Küche. Oh, sieht doch richtig lecker hier aus. Scheinbar wird hier gerade die Henkers Mahlzeit gemacht, ein Haufen Gewürze, die sie noch nie gesehen haben und ja, was, ist von der anderen Seite verschlossen? Okay, hier ist eine Tür, durch die kommen wir wohl noch nicht, aber mal sehen, vielleicht liegen hier ein paar Kochutensilien, wie zum Beispiel ein Dolch. Ja, mit so ein paar Dolchen kann man schön diese Stücke Fleisch hier zum Beispiel klein schneiden und das sieht doch hier richtig lecker aus. Also, wer möchte nicht davon, gerne mal was kosten. Ein bisschen Munition liegt hier natürlich auch rum. Ja, es gibt so die schöne crunchige Note in Essen, wenn man so auf ein bisschen 9mm Blech und Blei rumkaut. Das soll ja ganz lecker sein, so eine crunchige Note geben. Okay, wir schauen uns aber an, was wir hier hinten haben. Vielleicht ist ja irgendwo hier der Koch. Ne, hier ist niemand. Aber, öh, da liegt ja einer. Okay, ich könnte schwören, dass das der Koch ist. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Ja, das ist natürlich schlecht. Das heißt, wir bräuchten hier Strom für, sonst könnten wir hier nicht durch die Gegend fahren. Ähm, hm. Unter den Tellern wimmelt es irgendwie von kleinen Säcken wohl. Und wir haben hier nichts weiter. Ich glaube, das war es schon hier. Hm. Wir haben nur zwei Türen, beziehungsweise den Fahrstuhl, der verschlossen ist und an den wir nicht gelangen können. Dann gehen wir hier wieder weg. Ach, du liebe Güte. Oh, 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 oh. Jill, magst du mal bitte aufstehen? Oh, 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 oh. Oh, Gottes Willen. Okay, wir hauen mal lieber ab. Ähm, ich möchte mich jetzt nicht mit dem anlegen. Und, ja, das ist doch echt wieder eine herrliche Sache. Man will einfach den Raum verlassen und dann kommt wieder irgend so ein Zombie durch die Tür gelatscht. Okay, wir lassen ihn einfach leben, denn, ähm, er kann sich ein bisschen da an dem Fleisch ranmachen. An dem Fleisch, ja. Sattfressen. Und wir lassen ihn einfach. Ach, es ist immer wieder herrlich, hier solche Momente in Resident Evil. Hör, 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 hör. Gottes Willen. Ja, hier sehen wir wieder. Ja, das beste Beispiel dafür, wie ein Crimson Head Zombie aussieht. Da ist er doch. Zum Leben erwacht. Und liegt jetzt auf dem Boden und lebt immer noch. Okay, wir haben jetzt zwei Granaten in ihn reingeholzt. Und das sollte es doch jetzt gewesen sein. Wieso steht denn der jetzt schon auf? Ich meine, der lag doch hier gar nicht lange. Meine Güte, wo kam der denn jetzt her? Okay, langsam müssen wir hier wirklich sehr vorsichtig agieren, denn die Zombies werden wirklich immer aggressiver. Und ich habe überhaupt keinen Plan, wo wir jetzt hin müssen. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, ich weiß, dass wir, ähm, lass mich mal überlegen. Ja, wir gehen mal hier lang. Und zwar werden wir uns als nächstes hier bei Kenneth nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Hier, tschüss. Und gehen jetzt weiter durch diese Tür hier und kommen dann wieder in den Raum, wo wir die Pfeile gefunden, den Pfeil gefunden haben. Was ist das? Irgendwas stöhnt doch hier. Och nein. Och komm, hör auf. Okay. Ähm, da sind nette Vögel. Hat man gerade gesehen. Ich kann es ja nochmal zeigen. Hier. Für alle, die... Da oben links. Ja, nette Tiere. Ähm. Nein, danke. Lassen wir. Die sind wohl alle durch das Fenster da oben geflogen. Und deswegen gehen wir denen einfach ganz schnell aus dem Weg. Wir wollen gar keinen Stress machen. Bloß keine lauten Geräusche, wie zum Beispiel Schüsse abfeuern. Wir lassen sie einfach da, weil die können ziemlich nervig sein. Die sind eindeutig in der Überzahl. Und dementsprechend gehen wir jetzt weiter und... ...wollen die auch nicht weiter behelligen. So, was haben wir jetzt hier? Oh, oh, nein, 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 nein. Hier. Ja, dieser Zombie ist jetzt auch so weit, dass er wieder aufstehen würde. Oh, ha, 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 ha. Oder? Na? Komm. Ähm, nein, ich lasse ihn einfach liegen. Ich möchte... Ich möchte nicht mit dem kämpfen. Denn warum sollten wir das tun, wenn wir es nicht müssen? Äh. Aber gut. Der ist also auch wieder zum Leben erwacht. Aber wir müssen uns ja hier hinbegeben. Geben. Oh, Alter, meine Güte, wo kommen denn die alle her? Das ist ja... Und wir sind so gut wie... Wir sind schon fast tot. Gott, es wird... Nein! Werde ich... Oh. Crimson Heads. Hier, nimm die Granate. Oh Gott, der lebt ja immer noch. Oder auch nicht. Oh. Okay, wir haben die... Wir haben die Phase des Spiels erreicht, die wirklich sehr nervig ist. Oh. Ja, wie man da links sieht jetzt an dieser Nadel. Das ist nicht mehr gelb. Es ist orange. Und Jill hält sich schon ihren Bauch. Das heißt, es geht hier auch nicht mehr dementsprechend gut. Und... Oh Gott, jetzt kriege ich langsam... Jetzt kriege ich langsam die Panik, dass wir hier wirklich hinter jeder Ecke mit irgendeinem Viech rechnen müssen. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welchen Räumen wir überhaupt die verbrannt haben und wo nicht. Allerdings sollten wir uns wirklich ganz schnell heilen. Und ich werde den Granatenwerfer jetzt mal rauslegen. Und werde wieder umsteigen auf die Shotgun, aufs Gewehr. Und wir werden noch eine Runde Kräuter uns genehmigen, wenn wir sie irgendwo haben. Ich meine, wir haben eine Menge Erste-Hilfe-Sprays, aber die möchte ich eigentlich noch nicht benutzen. Erstens versauen sie einem, glaube ich, die Bewertung am Ende des Spiels. Und zweitens, ja, es ist schon ein ganz gutes Item. Und wenn wir die anderen noch haben, die Kräuter, dann nehmen wir die erstmal, bevor wir uns an die heranwagen. Wir haben noch das Feuerzeug dabei. Ich glaube aber nicht, dass wir das Feuerzeug jetzt irgendwie brauchen werden. Deswegen legen wir es erstmal wieder ab. Und ich muss mir überlegen, brauchen wir noch irgendwas von diesen Gegenständen hier? Wir könnten das Emblem holen, aber das machen wir jetzt noch nicht. Nee, wir werden uns jetzt einfach mal weiter hier rausbegeben. Und werden jetzt durch diese rote Tür da laufen. Denn ich bin der Meinung, da können wir jetzt durchgehen und kommen dann auch, ja, zu ein paar Räumen, bei denen wir noch nicht waren. Ja, ein neuer Abschnitt des Hauses wird betreten, in dem noch keine Crimson-Head-Zombies, Crimson-Spurning-Viecher rumrennen. Und langsam macht sich so ein bisschen Panik bei mir breit. Denn ich habe keine Lust, wenn Jill irgendwie hier die ganze Zeit angeknabbert wird. Okay, da war nichts mehr in dem Raum, da war nur das Gewehr. Und wir haben den Rüstungsschlüssel verwendet hierfür, genau. Ich glaube, so viele Möglichkeiten, diesen Schlüssel zu verwenden, gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber was haben wir hier hinter? Da kann eine Batterie hier liegen. Etwas, um uns zu verteidigen. Oh, ich habe irgendwie Schiss, dass hier irgendwo was lauert. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, hier in irgendwelchen Ecken hängen die auch rum. Deswegen. Ja. Gehen wir mal hier lang. Oh, was ist denn da draußen? Das sieht doch... Da klopft doch einer an die Scheibe. Das ist doch jemand, der da draußen klopft. Mach ruhig noch mehr Terror hier. Ist hier noch irgendwas? Nee. Kein Zombie hier. Hier ist eine Hake. Da könnten wir ja auch ein paar Zombies zusammenschlagen. Aber jetzt sind wir erstmal in diesem Raum hier. Und ich habe keine Ahnung, was in diesem Raum ist. Doch, ich habe eine Ahnung, was in diesem Raum ist. Ja, hier ist... Hier ist etwas, das sieht nicht ganz so toll aus. Ja, es ist ein bisschen... Es ist sehr lebendig und... Ich will uns am liebsten gleich totschlagen, wenn wir zu nahe kommen. Ich sage von vornherein, ja, da dürfen wir nicht so nah rangehen. Denn diese Pflanze haut uns tierisch die Löffel um die Ohren. So, der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen? Nein, wollen wir nicht. Denn, äh, wir brauchen hier ein spezielles Item für. Und dieses Item haben wir sogar schon gesehen. Wir konnten es damals nur nicht mitnehmen, weil wir nicht genügend Platz mehr im Inventar hatten. Und worum es sich dabei handelt, ja, das erzähle ich euch später. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Und lassen diesen freundlichen Herrn, der da draußen an die Scheibe klopft oder die Fenster sauber macht... Warten Ruhe, ist hier jemand? Nee, hier ist nichts. Hm, was haben wir denn hier drin? Kommen wir hier auch in der Sackgasse raus? Ja, das tun wir. Was haben wir hier? Ein Dolch. Das ist immer gut. Vor allem gegen diese Crimson Heads, wenn sie eigentlich gerade mit ihrer Säure von oben bis unten vollkotzen. Dann ist das doch ganz gut, wenn sie nicht anfallen. Aber hier drin... Ach, das hier. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Hm? Ja, vielleicht können sich einige schon denken, worum es sich hierbei handelt. Ja? Das blaue Licht besitzen wir jetzt schon. Hm, das ist das in unserer Truhe. Das ist nämlich dieser große Edelstein, den wir damals aus dem... Oh Gott, ich höre schon wieder irgendwo Geräusche, dass hier irgendwo wer klopft oder so. Mein... Das ist immer herrlich, wenn so ein Spiel langsam die Dimensionen erreicht, wo man sich irgendwas einbildet und da einer auf dem Boden liegt. Warum liegt er da auf dem Boden? Ach so, er hat einen zu viel gesoffen. Hier liegt überall hochprozentiger Alkohol und er hat es wohl nicht ganz vertragen. Warum ist die Kameraeinstellung so? Okay. Ja, Mahlzeit. Okay, wir wollten dich wirklich nicht stürmen bei deinem... Ja. Oh Gott, das will. Okay, der ist tot, aber warum spielt die Musik noch? Ach so, der Alkoholiker ist wohl auch noch erstanden, ja. Er taumelt so ein bisschen vor sich hin und ja, hier kommen dich werden wir auch kurz einmal... Nein! Ab! Was, der hat ne... Der hat die komplette Shotgun überlebt, oder was? Gottes Willen, was ist denn hier schon wieder los? Okay, wir haben Batterie-Pack und die beiden machen es sich übereinander gemütlich. Und wir haben ein Tagebuch des Wächters. Oh Gott, jetzt werden wir erstmal wieder die Pumpe runterkriegen. 9. Mai 1998. Pokeramt mit Scott und Elias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin mir sicher, dass er gemogelt hat. Mist, Kerl. 10. Mai. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen noch mit. Riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe er es zu fressen begann. 11. Mai. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen, sagte im Kellerlabor, hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen und machen nie Urlaub. 12. Mai. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an. Also bekommen sie heute kein Futter. Geschiedene Recht. 13. Mai. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie drei Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai. Es geht das Gerücht, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? Ich glaube, wir haben den guten Mann gefunden auch, den Wechtan, aber der hat auch seinen Kopf verloren. Überall sind Kleidung und diverses Krinzgras versteckt. Okay. Äh, ja. Gut. Es ist ein wirklich schöner Raum hier. Und ja, wir haben ja die Bekanntschaft mit dem guten Scott und wie sie alle hießen hier gemacht. Und naja. Ich glaube, wir sollten jetzt hier auch wieder verschwinden, denn... Was ist hier drinne noch? Hier noch irgendwas? Ne. Lass uns lieber schnell rausgehen. Ich habe keine Lust mehr hier auf diesen ganzen Raum voller Zombies mit so einem gruseligen Tagebuch, was da rumliegt und was auch sonst hier noch rum ist. Okay, hier ist weiter nichts. Das heißt, wir können hier gehen und haben jetzt auch die Tür geöffnet, die wir von der anderen Seite her nicht aufmachen konnten. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen überlegen, denn ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir als nächstes hin sollen, was wir noch haben an Möglichkeiten, Türen zu öffnen. Aber ich habe so eine leise Vermutung, wo was sein könnte. Deswegen sind hier erstmal keine Crimson Heads. Das ist schon mal sehr nett. Ja, das ist wirklich sehr nett. Ähm, ich glaube, wir werden uns einfach... Ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt schon das Emblem holen da? Ne, das machen wir noch nicht. Wir werden... Ähm, wir schauen einmal auf die Karte und gucken, wo wir noch nicht drinne waren. Wir können in diese Tür noch nicht hineingehen. Dafür brauchen wir den Helmschlüssel. Wir können dort auch noch nicht rein, denn dafür fehlt uns auch ein gewisser Gegenstand, den wir noch nicht besitzen. Ähm, ja, es ist eine wirklich gute Frage, wo wir als nächstes hin müssen. Wir könnten... Ja, ich glaube, wir müssen uns langsam das Item holen, was wir hier benutzen müssen bei der Pflanze, um diese zu beseitigen. Deshalb werden wir uns als nächstes genau da auch hinbegeben, wenn ich nicht wüsste, dass da oben noch eine Tür ist, durch die wir... Genau hier, diese Tür kann man, glaube ich, auch noch öffnen mit dem Rüstungsschlüssel. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Es kann aber gut sein. Ich glaube, das werden wir mal ausprobieren. Ähm, wie gehen wir denn da am besten? Wir müssten doch einfach nur... Hier oben... Da oben lang... Äh, da müssen wir an diesem Zombie vorbei. Ähm, wir gehen nochmal durch den Speisesaal. Da sollten wir dann den sichersten Weg haben. Wir müssen nicht an diesem doofen Zombie, der da rumliegt, vorbei. Und können dann auch... Ja, da links ist doch das Item gewesen. Können wir hier auch nicht diese Uhr verschieben oder so? Oder irgendwas mit der machen, dass man da irgendwie was macht? Hm. Irgendwie muss man mit der auch noch irgendwas machen, diese Uhr. Ich bin mir ja nicht... Ich weiß nicht mehr ganz genau, was man da machen muss. Aber wir sind jetzt erstmal wieder in der Haupthalle. Ja. Hier ist nichts Neues. Ein Glück. Ich meine, die Haupthalle ist wirklich ein sehr romantischer Ort. Ist immer sehr still hier. Und hier passiert nicht so viel. Zumindest nicht, dass irgendwelche blutdürstenden Zombies und Tote hier rumlaufen und unser Gehirn fressen wollen. Okay, wir sind jetzt hier oben. Und hier ist ein Glück. Kein Crimson Head. Denn den haben wir verbrannt, ein Glück. Ja, das war durchaus sinnvoll, dass wir das gemacht haben. Jetzt weiß ich nicht, welche Tür das von den beiden war. Das war diese hier, genau. Dann gehen wir noch einmal durch diese durch. Und dann ist das gleich die nächste Tür auf der rechten Seite, durch die wir hindurch gehen könnten. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das hier klappt. Hier? Nee, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ach Mann. Okay, dann müssen wir doch in den sauren Apfel beißen und müssen einmal komplett durch das Haus nochmal laufen, um dann an die andere Tür zu gelangen. Wo das Item liegt, womit wir die Pflanze vernichten können. Ja, lässt sich nicht ändern. Da müssen wir jetzt durch. Ich glaube, hier in der Haupthalle werden wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut machen. Denn wir haben in dieser Episode wieder ein paar Zombies vernichtet, die uns einfach so wieder fressen wollten. Frechheit. Und werden uns dann in der nächsten Episode die Items holen, die wir noch brauchen, damit wir diese gefährlichen Monster, die hier noch hausen, vernichten können. Dazu brauchen wir unter anderem das... Naja. Wir sehen es in der nächsten Episode. Dann gehen wir hier durch und werden uns dann wieder in die ersten Gänge des Spiels wagen, wo dann auch wieder irgendwelche neuen Gegner wahrscheinlich lauern werden und uns dann wieder den Weg freischießen müssen. Also folgt mir gerne auf Facebook und Twitter, würde mich wirklich sehr freuen und gebt mir gerne eure Meinung unter dieses Video und dann sehen wir uns in der nächsten Episode mit den ganzen Zombies und diesem schönen Kerzenlicht hier im Vordergrund. Haut rein!